Hallo Spieletipps Zuschauer und Zuschauerinnen, herzlich willkommen hier in Los Angeles zur E3, der geilsten Spielemesse der Welt. Naja, bis zur Gamescom halt, aber es gibt jede Menge coole Spiele und wenn ihr die alle sehen wollt, bitte auf Spieletipps.de in den nächsten Tagen vorbeigucken. Bis dann, ciao, euer Onkel Jo.